Also, Glenhodl, erstmal Gratulation zum Gewinn, Platz 7. Und beschreib doch einfach mal das Spiel aus deiner Sicht. Ja, es ist schade, dass wir wieder in Rückstand sind. Wir waren zwei Goal hinter, aber zum Glück konnten wir das Spiel drehen. Und es war eigentlich ein grosser Kampfgeist und Teamgeist da gewesen für uns. Und dank dem konnten wir im Schluss auch noch für uns entscheiden. Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr wart eigentlich lange Zeit gar nicht richtig auf dem Platz, hatte ich das Gefühl. Die ersten zwei Drittel nicht so gut gespielt, aber dann habt ihr nochmal richtig aufgedreht. Und du hast ja auch persönlich ein Goal oder zwei sogar geschossen. Drei. Drei. Und dann auch sicher verwandelt, die Penalties. Woran liegt das, dass ihr dann nochmal so aufdrehen könnt? Ja, ich glaube, wir waren in den ersten zwei Dritteln noch nie wirklich da gewesen. Ich weiss nicht, was es gelegen hat, aber am Schluss konnten wir dann zum Glück den Finger rausnehmen. Und dann konnten wir unsere Klasse noch etwas aufzeigen. Wie ist dein Fazit jetzt von der Saison? Und was muss sich ändern, damit ihr vielleicht noch weiter nach oben könnt? Ja, wir haben einfach dumme Spiele gegen Samanx verloren. Sie haben zwar gut gespielt, aber diesen Match dürfen wir nicht verlieren. Wir waren mit drei Goalen in Führung. Und gegen die Panthers haben wir auch schon verloren in der Saison, was unnötig war. Ich meine, wir schlönen die Chargers. Und zwar, wir haben wirklich gut gespielt gegen die Chargers. Und die Woche haben die Rufe verloren, wir gewinnen die Panthers. Und das ist einfach schon halt. Die Konstellation ist nicht da gewesen, die ganze Saison. Und wenn wir das aufrecht erhalten könnten, dann könnten wir auch weiter vorne mitspielen. Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Hallo.